So, dann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde. Wir spielen auf der Map of Dyingt. Und ich nehm Viper. Maverick nimmt Cypher. Mohammed nimmt Jet. Mr. Blackstar is picking and Zero Hunter is picking. Dim, 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 dim. Hope it works for you. Maverick for you. Ähm. Der sieht doch, dass ich gerade im Stream bin. Warum? Ach, manche Leute. So, okay. Zero Hunter nimmt Sova und Mr. Blackstar nimmt Race. Okay, damit spielen wir mit Jet, Viper, Race, Sofa, Cypher, Gegnerteam, Viper, Sofa, Jet, Cypher und Killjoy. Ich hasse Killjoy. Oh, du bist ein Doktor. Wär ich. Hm. Warum? Ja. Ja, dein Charakter ist ein Doktor. Ich weiß. Doktor in der Chemie. Deswegen mag ich den Charakter, weil ich jetzt wirklich mal was zu meinem echten familiären Verhältnis zu tun hätte. Also, ne, äh, Papa und so. Okay. Äh. Okay, good. Dann, ich bin mit Maverick auf A, mit Race. Oh, 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 schon A. Oh, shit. Übrigens, das ist nicht meine Warp. Ah. Shit. Mein Gift ist leer. Ich mach mal. Ach so. Oh. Äh, ich hab grad gar nicht gecheckt. Ja, nachdem ich das alte Team assimiliert hatte, musste ich auch mal was tun. We definitely killed ihn. So, also. And here we go again to A on spot. Sorry. A sports. It's in the game. Fünf. Vier. I'm on spot. Oh. Oh, shit. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Ich würde nicht über den Port machen, also da über den Spawn. Ich meine unseren Spawn. Wo ist unser Spawn nochmal? Da hinten? Genau. Da wird noch ein bisschen. Killjoy ist die letzte verbleibende. So, gucken wir mal. Jetzt wollte ich außen rum gehen und sie töten. Ich habe es mit einem Headshot beendet. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, ob A oder B. Ich fühle mich gerade zu useless. A ist ganz gut. Also Spawn ist hier. Hier. Ja. Danke. Bitte. Oh, Gegner Viper hat schon ihre Line gezogen. Die Line ist gut. Die muss ich mir merken, wie sie die gesetzt hat. Ich komm. Ich komm. Und Viper auch. Die sind hinter der Line. Da. Da. Ja. Ich habe gerade eine Wende weggeschmissen gegen das Ding. Ja. Why should I do that? Ja. Okay. Gut. So. Ich nehme jetzt die Marshall und knallköpfe weg. Und ich. Das wieder eine Gift. Smog. Dodo. 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 Dtor. Dodo. Eine Line auf Ding. Ohh ich rotier mal auf B. Dodo. Dodo. Sollten nicht alle unten gehen. Ok wir haben. Ah!!! Die hat den Stoff darauf versteckt. Oh Gott. Ich bin so dumm. Ich hab mir gedacht, hä, wie kann die denn so schnell weg sein? Weil da war nur noch eine Wand und ich bin... So. Ich hab mal gemacht, ne? Okay. Ich hatte den Lauf von der Jet gesehen. Okay, here we go. Der nächste Win. Okay, das waren zwei Runden. Du wolltest ja nur zwei Runden machen.